Herzlich Willkommen zurück zu HotStone mit Sam Kamikaze, das ist, wie soll ich sagen, dass ich meine Wenigkeit diesen Partei mit Jäger spielen, mit Jäger hab ich bitte gespielt. Und mir fehlt noch ein Sieg. Dass ich gekonnt, aber richtig gekonnt, mir ein neues Booster kaufen kann. Na, Magier. Versucht verursacht zwei Schaden. Okay, ich kann warten. Ich kann warten. Der Gegner wird noch raus. Ich kann warten. Was haben wir denn hier? Eure andere Wildtiere haben eins plus. Ich will die zwei Kartenschaden noch nicht nutzen. Die könnten mir vielleicht helfen. Ich hab' hier... 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 Alter, was ist denn du für ein Freak! What the fuck? Was ist denn in deiner Welt schief gelaufen? Mein Freund Wir haben Sex Kein Digger Ich füge zufällig feindlichen Dienern 3 Schaden zu Ich kann mich entscheiden, nehme ich die? Oder nehme ich die? Die könnte mir noch gut helfen bestimmt Richtig gut Hör doch mal, die fress ich es So ein Arschkeks So ein Arschkeks Die ist natürlich auch nicht ganz ohne Ich frage mich ab Ach das Ich hole Birne Das ist ein Monster Ich bin ein Typ Das ist fast Ich denke an Zeit Das ist eine Magiekarte Ich hätte echt besser die Karten angucken sollen Mal gucken was kommt Nein 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 Ist das ein Wildtier? Oh. Oh. Ich hab eine Idee. Ich werde erst den spielen. Und wenn er noch lebt, werde ich den anderen spielen. Den verletzt er 2-2 und spot. Mega geil. Oh. Du Bastard. Mein Freund. Wenn ich komme, komme ich richtig. Nein. Er hat mich zu einem Schaf gemacht. Er hat mich zu einem Schaf gemacht. Ach, ist das scheiße. Ach, ist das scheiße. Kacke, keine Karte, die mir helfen könnte. Mist. Splecht dir den Arsch geknickt. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Leute, ich werde verlieren, ich werde verlieren, ich werde verlieren, ich werde verlieren, das ist scheiße. Ich werde verlieren, ach greift der Reifer jetzt noch an, ne, zögert das Unvermeidwahrne raus. Um eins, ist das denn ernst? Ich hätte um eins gew- Fick. Um eins, um eins. Ich hätte gewinnen können. Gut gekämpft, ich ergebe mich. Um eins. Scheiß auf den Stern, Alter. Das fuckt mich das ab. Naja, ich kann nicht immer gewinnen. Sehen wir uns dann zum nächsten Part von Hot Stone und das Fassam Kamikaze, meine Wenigkeit. Und ich wünsche euch noch einen schönen gesegneten Utaub. Tschüssi.